Wo ist Mardernach? Wenn ihr mich fragt, bedeutet das, ihr seid der neue Lebenslängliche. Pech, mein Freund. Diese Wachen haben euch ganz schön reingelegt. Ich fürchte, mit Mardernach unterhält sich niemand, der zuvor nicht an der Borkul, der Bestie, vorbeigekommen ist. Kein Thema. Und mit Borkul, der Bestie, wollt ihr bestimmt nicht reden. Nicht? Na ja, gut. Also ich finde schon, mit Borkul reden, wäre doch nicht ganz so schlimm. Ich würde gerade mal überlegen. Der Jarl hat entschieden, dass ich ein zu großes Problem bin. Man hat mich hierher geschickt, weil jemand sagte, ich gehöre zu den Abgeschwunten. Na ja, gut. Reden wir mal mit Borkul. Ich frage mich, wie ist mein Borkul? So weich und zart. Wie war es, als ihr das erste Mal getötet habt? Schön. Ja, ne? Also, aufregend, auf jeden Fall. Blutschrausch gespürt. Und ich musste lachen. Ein wahrer Mörder wie ich. Die Götter haben uns in die Welt gebracht, um ihre Hallen mit Seelen zu füllen. Ihr passt gut hierher. Danke. Weswegen seid ihr hier? Mord, Banditentum, Überfall, Diebstahl und Trödelei. Trödelei, das ist gut. Und wie lange seid ihr schon hier? Die Wachen brachten mich vor ungefähr zwölf Jahren hierher. War damals der Anführer einer feinen Diebesbande. Aber diese Abgeschworenen, sie sind nicht wie die Männer, die ich zusammengebracht hatte. Sie sind echte Mörder. Okay, und kann ich jetzt Mörder nachsehen? Ihr wollt mit dem Lumpenkönig reden. Na schön. Aber zuerst müsst ihr den Wegzoll bezahlen. Warum besorgt ihr mir nicht eine Klinge? Nicht, dass ich eine bräuchte, aber es ist immer schön, sowas zu haben. Falls ich mich mal rasieren muss. Hehehehe. Na gut. Ich hab keine Klinge. Dann findet eine. Dieser Misthaufen von Griswar soll ja die ein oder andere angefertigt haben. Okay, Griswar war da hinten, glaube ich. Als ich erwischt wurde, habe ich meine Tochter Urheil zurückgelassen. Hey, Griswar. Nein, du bist nicht Griswar. Du bist Griswar. Ich brauch ein Messer. Ach, ihr wollt euch schützen. Ich kann euch besorgen, was ihr braucht. Vielleicht könnt ihr zuerst etwas für mich tun. Duach hat eine Flasche Skoma. Feinster, gebrannter Mondzucker. Schon der Gedanke daran macht mich ganz kribbelig. Ich werde es für euch besorgen. Vielen Dank. Ich werde die Klinge für euch bereit halten. Das ist mal wieder, äh, was ziemlich cooles hier. Mal wieder was anderes. Wirklich mal, äh, in so einem Gefängnis so ein paar Aufgaben zu erledigen. War da nicht dieser Urfang? Ja, aber ich muss zu dem hier, glaube ich. Ne, U-Wacken. Was ist der denn jetzt? Der hieb es auch anders. Ich habe mich einmal zu oft schnappen lassen. Ne, der hieß anders. Ich greife in meiner Gegend ab nicht nach einer Klinge. Sonst werden wir es beide bereuen. Breik war es nicht. Ich meine, das war irgendwas mit U. Guck mal gerade. Ach, verdammt. Ich schwöre, wenn ich jemals hier rauskomme, höre ich mit der Klauerei auf. Man hat mich hierher geschickt, weil man sagt, ich gehöre zu den Abgeschwungenen. Ne, ich weiß nicht, ob er es hier war. Ich frage mich, wie alt meine Tochter jetzt ist. Im Gefängnis verliert man sein Zeitgefühl. Wollen wir mich nun entschuldigen? Vielleicht finden wir ja auch irgendwo. Du das vielleicht? Duach. Die anderen Gefangenen werden misstrauisch, wenn wir uns unterhalten. Seid also leise. Skuma. Noch einmal und ich schlitze euch auf. Das Skuma gehört mir. Ähm. Skuma. Da habt ihr es. Los, zeigt mir aus welchem Holz... Es erinnert mich gerade an diese schlussenden Dampffilme. Bam, bam, bam. Und nur eine rechte. Diese Süchtigen bestehlen mich immer. Ich hoffe, ihr erstickt daran. Ich bin unschuldig. Die Norden haben mir das angehört. Ich war nicht mal in der Nähe der Mordwaffe. Der Jarl hat entschieden, dass ich... Hier ist eure Klinge. Versprecht, dass ihr sie niemals gegen mich wenden werdet, ja? Naja, na gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Hi. Ihr wurdet zum Klinge. Könnt ihr den Wegzeug bezahlen? Eine Klinge. Ja, hier. Na schön. Sei mit euch. Aber stellt dort nicht an. Madernach ist klüger als ihr denkt. Ich bin stärker als er denkt. Bis zum nächsten Mal. Boah. Das sah komisch aus. Ne, das haben wir schon. Eure Freiheit? Ja. Aber selbst wenn ihr aus der Sittner-Mine entkommen würdet, wäre euer Name immer noch mit all dem Blut besudelt. Ihr gehört jetzt zu uns. Seht ihr das denn nicht? Ein Sklave, den Stiefel der Nord im Nacken. Wenn euch das klar ist, könnte ich euch vielleicht helfen. Äh, na gut, verstanden wie. In diesen Minen gibt es einen Mann namens Brake. Neben mir ist er am längsten hier. Sagt ihm, ich schickte euch. Fragt ihn, warum er hier ist. Ich möchte, dass ihr erfahrt, wie sehr Markhard von Ungerechtigkeit durchzogen ist. Äh. Na gut. Unser Kampf ist der Kampf des Volkes. Bin mal gespannt, wie das hier ausgeht. Ob wir da uns, äh, mit denen anschließen können deswegen. Das wäre ja schon mal ziemlich interessant. Brake. Hier. Meine Geschichte? Jeder in der Sittner-Mine hat eine Geschichte zu erzählen. Erzählt zuerst eure. Wann habt ihr zum ersten Mal Ketten um eure Handgelenke gespürt? Vor zehn Minuten. Ah ne, stimmt. In Helgen. Dort wurde ich zum Henker geschickt. Stimmt ja, aber wir wissen noch nicht mal warum. Dann wisst ihr ja, was es bedeutet, sein Leben in fremden Händen zu wissen. Was gibt ihm das Recht, darüber zu entscheiden? Steht ein Urteil nicht allein den Göttern zu? Habt ihr Familie? Jemanden, der draußen auf euch wartet? Ja, weit von Himmelsrand entfernt. Ich hatte einst eine Tochter. Sie hätte dieses Jahr ihren 23. Geburtstag gefeiert. Mit einem hitzköpfigen Silberarbeiter verheiratet. Vielleicht auch alleinstehend und dabei die Kräuterkunde zu lernen. In Nord war egal, wer sich am Aufstand der Abgeschworenen beteiligt hatte und wer nicht. Ich hatte einmal mit Madanach gesprochen. Das reichte schon. Aber meine kleine Ätra wollte nicht, dass ihr Papa fortging. Sie bat genial, stattdessen sie mitzunehmen. Und nachdem sie mich zusehen ließen, wie ihr Kopf vom Richtblock rollte, warfen sie mich trotzdem hier rein und ließen mich ihr Silber ausgraben. Oh mein Gott. Euer Mitleid sollte eher meiner Tochter gelten. Ich bin nichts als ein armer Abgeschworener und bedauere nur, dass ich nicht mehr Nord getötet habe, bevor sie mich erwischt haben. Ich bin nicht Madanach. Ich war nie Anführer der Abgeschworenen. Der einzige Ärger, den ich rechtfertigen kann, ist mein eigener. Aber jede Familie in Reach hat eine ähnliche Geschichte zu erzählen wie ich. In diesem Kampf gibt es keine harmlosen Zuschauer, nur Schuldige und Tote. Tja, schön, ne? Bis zum nächsten Mal. Warum auch nicht? Ja. Gut, jetzt haben wir uns den Lümmi da angehört. Und dann wollen wir doch nochmal mit Madanach reden. Mal schauen. Aber der hat ja mal echt krasse Geschichten, ne? Ja, also was ich gesehen oder was ich gemerkt habe, ist, dass Skyrim sehr hohen Wert und auch eine sehr hohe Qualität in Wert, äh, in Bezug auf die Geschichte hat. Also es ist echt gut. Ihr seid zurück. Habt ihr getan, worum ich euch gebeten habe? Jo. Ach, stellt euch vor, eine solche Geschichte zu hören. Wieder und wieder. Jedes Mal eine andere Familie. Jedes Mal eine neue Ungerechtigkeit. Euer Einmischen an der Oberfläche hat mich daran erinnert, wie fern ich dem ganzen Kampf gewesen bin. Meine Leute und ich sollten in den Bergen sein und kämpfen. Helft ihr mir also bei der Flucht? Ja, aber ich brauche von euch einen Beweis eurer Loyalität. Ich brauche keine Klinge im Rücken, wenn wir ausbrechen. Nicht? Habt ihr Griswar den Unglücklichen schon kennengelernt? Er trägt seinen Namen zurecht. Und außerdem ist er ein Dieb und Informant. Er hat seinen geringen Nutzen überlebt. Kümmert euch um ihn und dann können wir die Sitna-Mine ein für allemal verlassen. Wir waren doch schon bei dem. Ja, wir hatten das Messer von dem geholt. Und ohne Messer kann ich ihn nicht töten. Ah, hat Borg wohl euch eure abgenommen, als ihr hereinkamt? Auch gut. Nehmt die hier. Naja, gut. Unsere Rache wird kommen. Dann stechen wir den mal ab, ne? Ja, aber der war auch doch eigentlich nett. Der hat uns eine Klinge gegeben. Ihr wurde zum Graben verurteilt. Eigentlich schon, ne? Ich soll euch von Mada nach grüßen. Was? Nein! Bringt mich nicht um! Bitte! Ihr hättet nie herkommen sollen. Hey, 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 hey! Moment! Was war los, ey? Ich glaub, wir hätten irgendwelche Messer anziehen müssen, ne? Haben wir ein Messer im Inventar? Der hat uns einen gegeben. Upsa. Naja, dann nehmen wir von ihm auch noch eins mit. So. Dann haben wir nämlich zwei Messer. Zaubern können wir übrigens immer noch. Hehehe. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Ja. Dolch mit sechs Schaden. Da mal wieder zurückzukommen. Was ist los, Mada nach? Ihr würdet den alten Grießwahn nicht töten lassen, wenn ihr ihn noch brauchen könntet. Meine Brüder, wir sind lange genug hier gewesen. Es ist Zeit, die Sittner-Mine zu verlassen und unseren Kampf gegen die Nord fortzusetzen. Auf der anderen Seite dieses Tores, direkt neben meinen Wohnräumen, ist ein Tunnel. Ein Tunnel, der direkt durch die alten Zwergenruinen von Markhardt in die Stadt führt. Nun, was sagt ihr, meine Brüder? Breach gehört den Abgeschwunen. Ich sage, ihr habt euch eine frühe Begnadigung verdient. Gehen wir. Okay. Ich bin berannt. Äh, bereit. In den Tunnel. Los! Berannt. Das ist auch nicht schlecht. Kommen die anderen jetzt nicht mit? Keine Ahnung. Doch. Upsa. Das hat mir sogar Schaden gemacht, dass ich dagegen gelaufen bin. Ist ja lustig. Ha. Was auch immer. 35 bist du? Ja, Stufe 5. Wo bist du? Welche Stufe geht das? 81,5, so wie ich gehört habe. Oh, du hast ja noch. Ja, aber so weit, glaube ich, will ich gar nicht kommen. Bis dahin werde ich dann schon aufgehört haben. Mhm. Bestimmt. Also, was ich vorhabe, ist auf jeden Fall diese ganzen Nebenquests, also die großen Nebenquests zu erledigen. Noch ein paar So-Quests und dann noch die Hauptaufgabe natürlich vollständig. Und dann wird das Spiel für mich auch irgendwann vorbei sein. Vielleicht hole ich mir noch Dawnguard. Das ist ja bald die Erweiterung für Skyrim. Aber das weiß ich noch nicht, ob ich das wirklich mache. Und ja. Upsa. Du bist jetzt Sache. Ich weiß doch, warum ich immer in der Ego-Perspektive spiele, weil so irgendwelchen Treffen ist fast unmöglich. So ist schon einfacher. Ist da jemand? Hier drüben. Na komm. Seht ihr nicht süß aus? Du bist doch so ein Spinnen-Fan. Jaja. Voll. Nicht? Nein. Na dann. Habe ich doch was falsch verstanden. Oh, hier ist wieder dieses Dwema. Diese Dwema-Bauart. Sehr cool. Und da kommt auch schon so eine Sphäre. Oh Gott. Und dann wollen wir doch mal hier gucken, mit der Axt hier mal ein bisschen weiter zu schnetzeln. Ah, jetzt kannst du mit der normalen Waffe wieder... Ne, das ist eine beschworene Waffe. Meine Waffen habe ich irgendwie noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich die herbekomme. Mal danach. Ich habe gebracht, wonach ihr gefragt habt. Gut gemacht. Macht euch bereit, während ich mich kurz mit unserem Lieblingsfremdling unterhalte. Das klingt nicht so gut. Ich habe Kai alles zurückholen lassen, was euch die Nord gestohlen haben. Ihr macht euch besser bereit, bevor wir in die Stadt ausbrechen. Und nehmt das hier. Darauf ruht der Segen uralter Magie. Etwas, um euch an mich zu erinnern. Und wie geht es jetzt weiter? Jetzt? Ich lasse ganz markhart wissen, dass ich zurückgekehrt bin. Keine Sorge wegen eures Namens. Nach dem heutigen Tage werden sie wissen, wem sie die Schuld geben und wen sie fürchten müssen. Es wird Jahre dauern, aber ich werde die Abgeschworenen neu organisieren. Wir werden unser Land zurückfordern und wenn wir wieder an der Macht sind, werden wir Frieden haben. Ein Königreich. Bis dahin lasst mich eine Warnung aussprechen. Nehmt euch vor den Abgeschworenen in Acht. Kein Ort in Reach ist jetzt mehr vor uns sicher. Okay. Übrigens, danke, dass du uns die Sachen wiedergegeben hast. Ja, das ist nett, ne? Ja. Müssen wir jetzt nur noch eben anziehen hier. Rüstung. Was hat denn da immer an? Also die hatte ich an, die Magierrobe. Das Amulett und ich glaube auch dieses, weil die konnte man gleichzeitig anziehen. Und... Großes. Und den Ring hier. Oh. Neue Panzerhandschuhe. Bögen bewirken 20% mehr Schaden. Was haben wir? Sechs. Ha! Das ist ja heftig. Dann nehmen wir die doch. Ach ja, und die orkischen Stiefel. Genau. Nehmen wir ja auch an. Das ist ja mal cool. Panzerhandschuhe. Hm. Der alten Götter. Na, das ist doch mal... Das ist doch mal was Feines, liebe Leute. Hier auch Stiefel der alten Götter. Aber schleichen und 20% verbessern ist jetzt nicht das Richtige für uns. Hier ist auch ein Helm der alten Götter, der ist aber eher Müll. Ja, dann haben wir ja alles soweit an. Gut. Außer vielleicht hier unseren Bogen. Den wir noch. Mit diesen glühenden... Das ist doch cool. Oder? Ist der verzaubert? Ja, der ist verzaubert mit Brandschaden. 25 zusätzlichen Brandschaden. Und den haben wir schon geschliffen. Dadurch macht der nochmal mehr Schaden. Also das ist schon ein ganz schickes Teil. Aber ich hab irgendjemanden... Hat den Kommentar geschrieben. Der hat wohl irgendwie einen Bogen hergestellt mit 350 Schaden oder so. Ihr glaubt, ihr könnt meinem Gefängnis entkommen? Ihr werdet für das büßen, was ihr meiner Familie angetan habt. Eurer Familie? Ihr habt Reach lange genug mit eurem besudelten Silber vergiftet, Toner! Und ihr hättet viel herkommen sollen! Tja. So läuft das Ganze da. Da ist er tot. Oh, was passiert denn jetzt gerade mit dem? Er hat sich wiederbelebt. Das ist ja lustig. Das werde ich genießen. Und hier ist jetzt gerade überall so eine Schlacht. Läuft die Quest denn noch? Nö, ne? Nein. Nein, die ist abgeschlossen. Folge mal danach. Ja, abgeschlossen. Ja, ist ja cool. Haben wir ja wieder so eine Quest... ...durch. Dann würde ich sagen, machen wir doch hier das mit denen in höchster Not. Das war ja das nächste oder das letzte, was wir dann da angenommen hatten. Machen wir das noch eben. Steht der jetzt auch bei dir abgeschlossen? Ja, das ist jetzt abgeschlossen. Und dann wollen wir mal nach Rorikstadt. Da waren wir ja auch schon ein paar Mal. Ich glaube, da hatten wir sogar mal einen Drachenkampf. Da ist auf einmal so ein Drache hergeflogen und hat dann da angegriffen. Das war cool. Da ist doch schon wieder dunkel. Ja. Wahrscheinlich die Tür auch abgeschlossen. Oh nein, doch nicht. Zur Frostfrucht. Oder Frostfurcht? Was stand da? Furcht, Furcht, keine Ahnung. Hallo. Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Ich habe die Frau gesehen, ja. Habt ihr? Wo? Raus mit der Sprache. Einmal mit der Ruhe. Äh, was bekomme ich dafür, dass ich es euch sage? Geld. Wenn es das ist, worauf ihr ausseit. Und jetzt sagt mir, wo sie ist. Der sieht so ein bisschen aus wie Detlef D. Soast. Findest du? Ja, das Gesicht. Naja, sie ist in der beflagten Meere. Wir können ihr dorthin nicht folgen. Nicht ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ihr müsst sie zu uns bringen. Bringt sie zu den Stellen von Weißlauf, außerhalb der Stadt. Wir warten dort auf euch. Sie kann sich nicht ewig vor uns verstecken. Naja, hat ja bis jetzt trotzdem gut funktioniert. Ah, ich würde euch fragen. Ja, das geht jetzt. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Hä? Untertitelung des ZDF, 2020